Die diese Aufgabe erstmals löste, ist die Auswahl, die damals getroffen wurde, bis auf den heutigen Tag gültig. Geschmack ist, zugespitzt formuliert, als Ausdruck einer auswählenden Verbindung zur Umwelt ursprünglich keine psychische, sondern eine biologische Funktion. Es ist zwar wunderbar, aber alles andere als rätselhaft, dass sich dann, als sich unausdenkbar lange Zeiträume später ein Bewusstsein entwickelte, in diesem Bewusstsein als angenehm spiegelte, was bis dahin schon jahrmilliardenlang richtig und bekömmlich gewesen war. Dass Geschmack eine biologische Funktion ist und nicht nur hat, dass Geschmack grundsätzlich auch dann funktioniert, wenn er gar nicht mit psychischem Erleben einhergeht, wird zusätzlich durch eine seltene Missbildung belegt. Der deutsche Psychiater Gamper untersuchte vor einigen Jahrzehnten ein Kind, das ohne Großhirn auf die Welt gekommen war. Diese schwere, von den Wissenschaftlern als Anencephalie bezeichnete Missbildung ist bei Menschen, man möchte hinzufügen, glücklicherweise nicht für längere Zeit mit dem Überleben vereinbar. Auch bei sorgfältigster Pflege gelingt es allenfalls, die Kinder einige Wochen, höchstes Monate am Leben zu erhalten, weil immer auch Abschnitte des Hirnstamms missgebildet sind, die für die schon genannten lebensnotwendigen Körperfunktionen verantwortlich sind. Wenn Gamper nun dem von ihm untersuchten Kind mit einem kleinen Wattebausch vorsichtig eine Zuckerlösung auf die Zunge tropfte, dann löste das sofort wohlig wirkende Schmatzlaute und Schluckbewegungen aus. Wenn er das gleiche mit einer bitteren Lösung tat, erfolgten reflektorisch abwehrende Bewegungen der Lippen und der Zunge. Selbst bei diesem Kind also, das mit Sicherheit nicht die für ein bewusstes Erleben notwendigen Hirnteile besaß, lösten die objektiv vorhandenen Geschmacksstoffe reflektorisch, die sich normalerweise in unserem Erleben widerspiegelnden Tendenzen zur Aufnahme oder zur Ablehnung aus. Im Falle des Geschmacks ist also nicht das bewusste Ich die handelnde Instanz. Musik Musik